so seid herzlichst gegüßt meine lieben brüder und schwestern zu resident evil genau resident evil village vers 30 und wir sind an dem punkt flakons finden 2 von 4 und hier hier bei dem und haben da jetzt gerade ich war gerade oben wir waren gerade um und haben da vom dach aus den wehrwolf besiegt und jetzt müssen wir da in der richtung weiter das haus haben wir schon kann man hinten rum kann man nicht was gibt es hinten noch eine kiste pistolenmunition das ist nie verkehrt pistolenmunition sonst war da nix irgendwie ist das da ist das was da geht es wieder ins haus rein sonst ist ja hinten irgendwie da waren wir drin ich muss jetzt in das haus rein oder so warte entschuldigen gehen wir noch mal von der anderen seite her da oben sind wir runter gekommen jetzt gehen wir mal von was ist das da müssen wir auch noch rein jetzt warte aha aha warte wir kommen da jetzt nicht rüber wir kommen da rüber wo muss ich was muss ich im südöstlichen der beiden häuser ganz unten habt ihr zwei im südöstlichen südöstlichen ganz unten da waren wir doch schon drin oder ja ich gehe jetzt mal ein paar mal rum hier wo sind das denn aus atom und hier das ist hier genau das ist das südöstliche aus ganz unten oder da waren wir doch schon drin oder oder wie oder da sind zwei kollegen drin oder gehen wir mal so oben kann man so oben gehen kann man da in dem bach entlang gehen was ist denn da und was geht was passiert hier da ist da müssen wir nachher raus wahrscheinlich oder schleim schleimi warte das kann man weg machen irgendwie oder sieht nicht sehr stabil aus oi wo geht es denn da hin ich kotze gleich wo geht es denn da hin oh ne gehen wir mal schnell da rauf was ist denn hier gespeichert habe ich vorhin extra nochmal oh ne na gut machen wir vorher noch das da unten alles weg hier warte was was guckt zu der leiter hoch warte ist es das da warte ja ne wir gucken zu der leiter hoch ja machen wir erst noch unten die ecke ja da geht es nicht weiter warte da war noch ein schleim da ist die wassermühle da müssen wir nachher hin da sind jetzt auch noch kollegen hier stausee uiuiui da war doch noch ein schleim was ist hier in der ecke ist nix irgendwie da drin arbeiten zwei kollegen hier drüben hier drüben kann man nix mehr machen da waren wir schon drin da ist nix mehr da waren wir schon mal drin oder da ist nix mehr dann dort drüben kochstationen ich will immer was kochen voll out geschädigter da waren wir schon da ist nix mehr da drin arbeiten die kollegen und rechts das haus warte da war noch ein schleim ne den brauchen wir nicht wo geht es hier lang ah da oben ist ein schatz oder so warte und da oben da geht es wieder zurück zum altarplatz was ist mit dem haus warte jetzt sperren wir das auf oder geht nicht geht nicht gibt es nicht und hier den schlüssel haben wir doch oder schmiedeeiserner schlüssel oder warte der da der geht ha der geht da ist noch eine knarre ne was ist das für ein ding äh warte das passt jetzt nimmer rein oder wie ich mag nicht mehr was sind die granatwerfer oder was was ist denn das granatwerfer ach du schande eine granate ach du käse ja warte was ist denn warum was ist denn mit dem ding wieso ist denn die durchgestrichen was die rein 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ne drehen kann man das ding ja nicht gell warum warum ist jetzt hier alles warum ist hat das jetzt alles ein müllzeichen ach weil ich es nicht löschen kann oder wie achso nicht löschbar oder wie ich mag nicht mehr na gut den kriege ich jetzt nicht mehr rein hier oder das dann lassen wir das mal so ach ich kann den nicht nehmen ihr inventar ist toll schaffen sie platz die sie ausrangieren möchten schaffen sie platz indem sie objekte neu anordnen oder bewegen sie objekte die sie ausrangieren möchten in die zwischenablage rechts oh ne ausrangieren was will ich denn da ausrangieren ich mag nicht mehr wir haben noch eine patrone hier wenn ich die wegschmeiß warte flint munition wenn ich die jetzt eine flinten schieße warte wenn ich jetzt einmal mit der flinte schieße dann könnte ich nachladen und dann müsste eine patrone weg sein und dann kann ich keine patrone mehr nehmen die seck jetzt kann ich aber das ding nehmen oh ne kann ich das ding nehmen warte äh na gut wohn 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 da muss da da ist immer noch was aber das war jetzt der schatz oder wie die granatenschwerfer ich kann nicht mehr mhm mhm tschuldige immer noch irgendwas hier am start immer noch irgendwas am start hier da ditrich diterran jetzt haben wir das grün und wo können wir jetzt noch einen dietrich einsetzen nirgends nirgends mehr da drin vielleicht wir haben hier alle die ja da ist irgendwas noch rot da ist aber abgebrannt da kommen wir nicht mehr rein ansonsten da ist noch was zu wieso ist das zu diterran können wir jetzt im moment nicht mehr jetzt haben wir hier praktisch fast alles grün ähm das haben wir jetzt grün die tür kann man nicht aufmachen die hier dann gehen wir jetzt das kann man auch nicht aufmachen jetzt war sowas jetzt weichere ich spaße selber nochmal schnell da müssen wir die zwei kollegen beseitigen war ja und mein inventar ist voll was passiert wenn ich das rechts in die zwischen ab also in die nach rechts tue ist das dann weg oder wie dann haben wir jetzt nochmal einen schatz warte ein glück dass du kommst mir war gerade langweilig schätze ja das ist kombinierbar kombinierbar zu wundern danke weil wir da jetzt mal hier drauf kommen ja okay dann müssen wir jetzt da die zwei kollegen in dem eigenen haus beschäftigen also immerhin haben wir schon mal das jetzt auch weg hier das so da kann man nicht mehr rein das müssen wir nachher machen da müssen wir irgendwie in das haus noch rein oder so oder wie das haus noch mal anschauen warte also da war der wehrwolf dann da drüben war man gerade da waren wir gerade da können wir nicht aufmachen wieso kann man das nicht aufmachen sonst komme ich da nirgends durch also spaßeshalber dann da war der wehrwolf dann da rechts da sind noch zwei kollegen drin da geht es am schluss dann doch da geht es am schluss jetzt müssen wir noch mal da rein nirgends auto eben da kriegen wir immerhin noch mal kohle das haus haben wir schon das ist das radio im magischen ein aufmortiges spiel das muss man jetzt mal so im raum stehen lassen und was ist mit dem tricks haus da ist wieder eine blutspur da links also mit dem komischen haus hier heute da gibt es geflügel und hier waren wir da schon gibt es nicht oder waren wir da schon drin oder da ist aber immerhin irgendwie hat der arznei da war irgendwas von als auto irgendwas haben wir da schon wieder vergessen hier oder ist neu oder wieder jetzt haben wir alles was ist mit meinem inventar jetzt haben wir das aber fertig und da hinten was ist das so hinten mechanische türen kurz durch uns so die mechanische türen geht es denn da wieder hin war wir da unten schon ich kann nicht mehr da unten schon jetzt haben wir das da unten und da ist geflügel am start jetzt komme ich da wieder raus da war der wehrwolf drin und da ist hühnchen ah ja gut da müssen wir noch rein ah und da so jetzt warte wie kann man das wieder machen mechanische türen da brauche ich aber irgend so eine komische kurbel brunnen kurbel geht da nicht oder das ist denn das für ein mist hier da ist eine leiter mechanische tür und was ist denn da die leiter gut und was brauche ich hier für ein käse ding da kommen wir noch nicht rein witzig witzig und warum ist da hinten eine leiter weiß wieder keiner da hinten ist eine leiter andersrum komme ich ja nicht oder komme ich da von oben rum rein weiß wieder keiner oh ne also ich muss jetzt da bei dem schleim irgendwie weiter also ich komme da jetzt nicht andersrum komme ich auch nicht rein da unten waren wir drin da unten waren wir drin da haben wir schon alles und so rum komme ich da auch nicht rein gell da das ist jetzt da da ist irgendwie nicht weit da ist die tür und andersrum komme ich da und das kann man so komme ich da nicht rein da ist aber eine leiter da ist eine leiter na gut und dann müssen wir jetzt dann haben wir die ecke quasi da müssen wir jetzt da unten da unten irgendwo weiter da unten da unten da waren wir schon da ist nichts mühsam ernährt sich das eichhörnchen jetzt müssen wir anscheinend da rauf wahrscheinlich oder da rauf da gibt es gebratene ziege denke ich hier sind wir richtig jetzt warte da ist eine leiter das ist das ist ist es zu oder offen da dann müssen wir da irgendwie so gut jetzt warte paar minuten haben wir noch zerstört den schleim guckt zu der leiter hoch diese könnt ihr benutzen jetzt hängt der wieder diese könnt ihr benutzen anzeige ihr seid jetzt an der windmühle bei muro sehr schön kann man nicht hochklettern offenartiges spiel windmühle speichern bitte jetzt müssen wir die viecher erledigen beißen die beißen die jetzt renne ich gleich im zombie in die arme ja ich bin tierlieb und alles aber aber naja schwarzes schwein schwarzes schwein das beißt mich komm her wild wir fehlen aber noch fische jetzt warte kann man das jetzt aufsperren so jetzt können wir da durchgehen äh ihr seid jetzt an der windmühle warte windmühle die beiden schweine hinter der mühle steht ein weiteres kuglerprint ach da fehlt wieder das ding hier das ist wieder irgend so eine kurbel hinter der da haben wir jetzt aber keine kugel aber dann haben wir schon auf der karte schlüssel 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 flakon brunning kurbel aber nicht aber jetzt muss es eingezeichnet sein google denn findet ihr in der mühle rechts in der mühle da brauchen wir die kurbel laboratory laboratorium oder so jetzt kommt dort in der kurbel in der mühle mann es ist dunkel foto eines seltenen tieres was mache ich mit dem und eine schreibmaschine das ihr aber schon erlegt haben solltet ach so das ist nur und eine schreibmaschine rechts neben der geht es nach unten aufzug zum stausee ja gut jetzt speier mal hier wollte ich gerade da die finger rein halten aber der hat ja schon zwei finger weniger gut jetzt machen wir darüber so ein paar minuten haben wir jetzt noch ein paar minuten na ja zwei drei minuten speichert haben wir zwei minuten aber noch gerade da haben wir alles schreibmaschine jetzt gehen wir mal gehen wir mal noch ein paar meter rein hier hier haben wir noch ein paar meter rein da da ist jetzt wieder ein fahrstuhl und den müssen wir benutzen mit dem wir nach unten in die mine fahrt hier könnt ihr nur nach rechts dann fahren wir jetzt mal in die mine kann ja nicht so schwer sein machen wir noch ein paar meter vielleicht immer noch ein speierpunkt zusammen hier stausee muro mine kann dauernd kann ein bisschen dauern ja oder auch nicht oder gut den benutzen wir nicht noch mal was haben wir jetzt hier da ist da hinten da hinten da hinten von der anderen seite verschlossen da ist ein ausrufezeichen da sind wir hergekommen da ist ein ausrufezeichen toll hier könnt ihr nur nach rechts und dann links um die ecke das ist zu und da ist ein diamant diamant dann folgt den schienen alle anderen tore sind zu dann folgt den schienen alle anderen tore sind zu irgendwas ist da noch ja das ausrufezeichen oder so keine ahnung vielleicht gehen wir jetzt hier noch einen speicherpunkt hin Vampire du w w w w und jetzt geht die treppe und quetscht euch an dem schleim vorbei war ja jetzt wird schon wieder unscharf hier video video und jetzt wird es ist der böse video video der ist doch aus der neuverfilmung von bernhalter durch die galaxis das monster das monster ist original aus dem kinofilm bernhalter durch die galaxis es folgt eine szene dann quetscht euch zurück das ist aber das monster also der große hände das ist mein revier und ich lass dich nicht gehen dann quetscht euch zurück nach draußen und nutzt das messer um die schleimbarriere zu lauf den klagen der schienen zurück am ende ist der ausgang versperrt aber das tor links ist nun offen geht durch und dann gleich rechts um die ecke muss ich dem jetzt entkommen rennt mir der jetzt hinterher oder oder wie wenn wir der hinterher jetzt zurück zurück und dann links durch glaube ich sagte da jetzt durch und da da du warte aber das tor links ist nun offen geht durch und dann gleich rechts um die ecke wo er das soll munition wie komme ich hier raus also gut erst mal aha jetzt ist es aber hier warum wo ist das ausrufezeit das ist immer noch da kugel labyrinth ach das ist oben oder oben in der mühle irgendwie ausgang oben bis soll munition in der anderen richtung hier oben kommt ihr zu einer lücke am steg und das und da da ist nix oder warte warte jetzt machen wir noch paar meter warte und da ist nix oder wo geht es da hin da geht es wieder zu windmülle oder nicht das sieht keine sau aus kommt jetzt warte und die andere richtung kommt in der anderen richtung hier oben kommt ihr zu einer lücke am steg schlag mit dem messer auf den gelben stützbalken jetzt warte da ist schleim also müssen wir auf den stützbalken schlagen warte da war der pistolen munition da muss der stützbalken warte so und dann dann geht es weiter folgt dem gang klettert die leiter nach unten wenn für die zwei meter hätte aber keine leiter gebraucht gelbes was geht weiter und er kommt in eine große höhle in der eine hütte steht da ist schon schnell ich mag aber auch nicht mehr jetzt große höhle oh weia da ist sie kollegen große höhle geht direkt nach links dann seht ihr schon einen lycana ein kollege von ihm kommt dann dazu sind beide tot wo ist sie da ist der kollege oh ich habe hier einen schuss zu viel so findet ihr hinten am steg ein wenig geld oh weia was ist hier drin ah ne da ist ein kollege kommt könnte jetzt reinkommen von der anderen seite oder wie wo ist der boot schlüssel wo ist der boot schlüssel ach da ist der boot schlüssel wo können die reinkommen ich mag nicht mehr nur wenn ich jetzt hinten rausgehe was passiert dann eine nummer wo das ist ein dicker da muss man erst den ding abschießen aber jetzt kommt der rein und jetzt haben wir noch hoch hier kommt auch einer sind aber ein paar hier oi hier sind ein paar hier wo wir noch ein speicher punkt finden haben wir nicht alles du kannst ausschalten ich sammel hier jetzt alles noch und dann müssen wir einen speicherpunkt finden da hinten ist noch was warte immer noch nicht gibt es hier Fische da ist Zeug immer noch nicht gibt es hier Fische irgendwas gibt es hier noch irgendwas gibt es ist das ein Ding nee das ist eine Lampe irgendwas gibt es hier noch warte die Ecke haben wir jetzt schon natürlich oder da drin haben wir wahrscheinlich auch alles da links sind wir reingekommen mit der Leiter da warte die Ecke haben wir das haben wir irgendwie das haben wir irgendwie man 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 ich bin ja wir brauchen noch einen speicherpunkt also und irgendwie irgendwas haben wir hier noch nicht da rein hier warte da da kann man nicht rein warte von da sind wir gekommen oder und hier hätte man sich verstecken können oder wie nee und hier sind wir her gekommen Ich mag nicht mehr und hier ist nix ich mag was ist was haben wir da wieder vergessen kannst ausschalten irgendwas haben wir hier ähhhhh da drüben sind wir her gekommen oder habe ich da am weg irgendwo irgendwie irgendwas vergessen oder hier da in der ecke war man schon es ist ein bisschen dann da war das fass da geht es nicht da haben wir nichts da drin Und da war es ein bisschen ziemlich dunkel. Da war der Schlüssel, da ist nichts. Ist da ein Vogelhaus oder irgendwie? Na gut, also wie gesagt, du kannst... Aus, da ist einer, komm her. Ja, jetzt haben wir es aber, gut. Okay, jetzt haben wir es, jetzt brauchen wir noch einen Speicherpunkt. Oder er kämpft, dann geht in die Hütte sofort. Regal, Riesen-Lycana. Achtung, die Hütte ist nach hinten offen. Boot-Schlüssel. Verlass die Hütte und am Ausgang der Höhle warten nochmal zwei Nutzersgewehr. Verlass den Stollen, wie er kommt und geht am Ende nach... Verlass den Stollen, das machen wir jetzt noch damit... Aua, wir tun Fische, kann man die essen? Nee. Hier ist sonst nichts mehr, gell? Nee. Verlass die Hütte, wie er kommt. Verlass den Stollen, wie er kommt und geht am Ende nach rechts raus. Verlass den Stollen, wie er kommt und geht am Ende nach rechts raus. Ihr kommt nach draußen, wo ihr die Mühle seht. Ist das jetzt das da? Warte. Ihr kommt nach draußen, wo ihr die Mühle seht. Äh, da... Geht nach rechts. Komm, ich bin tot, oder wie? Halbtot, ach du Scheibe. Da ist da eine Mühle, da sind zwei Mühlen. Geht nach rechts. Ähm... Ähm... Links von der Hütte seht ihr ein gelbes Fass. Warte, das muss man jetzt noch hier halbartig... Äh, nach links kann ich nicht. Da kann ich nicht. Da kann man nicht. Da sind wir hergekommen. Links von der Hütte seht ihr ein gelbes Fass? Fußschuss. Der ist weg, warte. Mann, 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 Mann. Okay, ist was? Dann geht in die Hütte. Links von der Hütte seht ihr ein gelbes Fass. Ah, der ist da. Da ist er. Da kommen wir nicht hin. Dann geht in die Hütte. Jetzt werden wir noch einen Speicherpunkt kriegen. Mensch, wenn das ein bisschen heller wäre. Äh, äh... Lest den Zettel im Bootshaus. Äh, Bootschlüssel. Hans ist tot. Da ist sonst nix. Äh, ähm... Also auf zum Boot, dass es gleich dort liegt. Warte, wir brauchen noch einen Speicherplatz. Ja, warte. Äh, hilft jetzt mal nix. Dann müssen wir zum... Boot. Warte, ich bräuchte mal Heilung. Warte. Äh, herstellen. Herstellen. Erste Hilfe Arznei. Hergestellt. So. Jetzt kann ich heilen. So, jetzt bin ich geheilt. Und jetzt müssen wir da hin. Und hoffentlich kommt da eine Sorte Flucht vor dem Fisch. Oh, nee. Oh, nee. Gut, äh, machen wir hier mal Pause. Und, ja, hilft nix. Äh, kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.